Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Folge 13 Constructed mit neuen Quests. Und zwar gucken wir mal rein. Paladin Krieger, Schamanen und Hexmeister. Das ist doch ganz gut. Dann konzentrieren wir uns mal auf Paladin und Krieger. Hat eigentlich schon Folge 13 aufgenommen, dann ist aber das Spiel irgendwie abgekackt und damit auch die Aufnahme. Ich spiele erstmal nochmal mit dem Hunter und dann würde ich sagen, spielen wir danach mit dem Paladin oder mit dem Krieger. Ich würde schon fast sagen, dass ich mit dem Krieger dann mal mit dem Hunter zu spielen spiele. Okay, zweimal Hunter. Und den Frostwolf Kriegswürst kann ich schon mal rausschmeißen. Der Rest ist erstmal in Ordnung. Naja, ich habe mir gerne noch ein Einsammenion gewünscht. Der Ewa zum Beispiel. Den nehme ich immer gerne. Schweinchen Babe. So, ich könnte den ausspielen. Ich spiele aber direkt mal... ...Luis Copolis aus. Den Waldwolf könnte ich eigentlich im Zusammenspiel mit... Boah, ist immer schwierig. Eigentlich erst, wenn ich zwei Minions draußen habe, lohnt sich der wirklich fett. Ah, das ist ein... Ist das ein Hunter, der auf Mechs spielt? So, auch noch nicht gesehen. Zweimal... Naja, 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 naja. Na, dann kann ich den jetzt eigentlich auch schon ausspielen. Das ist jetzt eh schon fast wurscht. Ich habe ja Glück, dass der überleben wird. Deswegen werde ich die Micro-Maschine gleich mal umklatschen. Und in der nächsten Runde werde ich auf jeden... Ach, ich hätte... ...die Eule spielen können. Hat er jetzt eine Freezing Trap? Das wäre es ja. Das wäre es ja, wenn er jetzt eine Freezing Trap hätte. Ich spiele mal den... Mh, da gehe ich auf Nummer sicher. Er hat bestimmt eine Freezing Trap. Wollen wir wetten, dass er eine Freezing Trap hat? Das habe ich doch so im Urin. Wie hat denn der gekostet? Ein Mana. Der kostet zwei. Und dann würde ich ihn natürlich opfern. Eine Sprengfalle. Nein, du Fucker. Nein, daran habe ich ja gar nicht gesagt. Eine Sprengfalle. Scheiße. So früh schon eine fucking Sprengfalle. Du Sack, du. Der Libra-Knopf. Okay, was spielen wir denn jetzt? Okay, was spielen wir denn jetzt? Misha-lein? Misha-lein. Ich rieche Blut. Die Worgenspitze. Ich könnte schon mit ihm jetzt spielen. Spielen bitte. Schlingdorn. Was ist das? Schlingdorn-Tiger. Ich gehe jetzt schon voll drauf aufs Face. Hm, was mache ich denn jetzt Schönes? Ich muss eigentlich die Beine loswerden. Die machen viel zu viel Damage. Aber ich glaube, ich gehe jetzt auch erst mal aufs Face. Ich mache dann wieder 5 Damage. Ich müsste die eigentlich schon fast loswerden. Und wer macht dann der? Dann wäre ich bei 3. Ach, das wäre eigentlich Verschwendung. Das wäre eigentlich totale Verschwendung. Oder ich gehe jetzt direkt aufs Face. Was mache ich denn? Ich überlege mal. Ich gehe aufs Face, dann... Töten kann er mich auf jeden Fall. Ich gehe mal aufs Face. Wahrscheinlich wieder die falsche Entscheidung getroffen, weil letztendlich hätte ich dann... Er hätte mich dann ja auf jeden Fall angreifen müssen. Und so habe ich jetzt eigentlich die Arschkarte. Ich gehe mir die Micro-Machine. Oh, das ist eine enge Partie. Oh, der Mehrfachschuss. Es gibt noch einen Gott im Himmel. Dann spiele ich jetzt einfach mal... Was spiele ich denn da aus? Ich spiele ihn mal aus. Begleiter. Jetzt wird es langsam eng. Jetzt könnt ihr mich runterzergen. Ich glaube, es ist auch genau das, was er vorhat. Was mache ich denn da jetzt Schönes? Muss ich schon fast so spielen. Knappe Kiste zwischen zwei Face-Hantern. Ich habe noch einen Silence auf der Hand. Mal schauen, was er hat. Eine Karte mit 6 Damage kann er eigentlich nichts haben. Oh, doch. Er hat... Er hat was mit 4 Damage. Hat er... Was hat er? Noch ein Fass? Ach, fuck. Okay. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Hat er Glück gehabt am Ende? Und ich fech? Oh, nein. Das ist gar nicht... Da muss ich doch jetzt ein bisschen mit dem Hunter spielen. Es tut mir leid. Aber das muss sein. Damit ich wieder ein bisschen oben rankomme. Weil ich will nicht in die 20er wieder. Weil das ist echt nervig. Aber wie gesagt, ich spiele das hier alles mit den... Äh... Fast nur mit Basis... Äh... Basiskarten, ne? Ich habe... Ein paar Dicks mal geöffnet, aber... Ich will ja kein Geld dafür ausgeben. Dagegen sträube ich mich. So, gegen den fucking Priester. Gucken wir mal. Ach, ich versuche einfach mal mein Glück. Vielleicht habe ich... Naja. Hätte ich mal lieber nicht gemacht. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ist jemand verletzt? Ja, typisch. Standards. Ach, ja. Die Standardkombination beim Priester. Also, was machen wir denn jetzt Schönes? Was machen wir denn jetzt Schönes? Das wird nicht reichen. Das ist einfach aufs Face. Das macht. Na, mach das wieder. Dieser Penner, dieser. Au, die kommt doch wie gerufen. Nächste Runde könnte ich... Okay. 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 Wenn du das so willst. Ich habe die Hyäne noch nicht. Ich habe die Hyäne noch nicht. Das reicht auch nicht. Setze ihn mal, glaube ich, weiter unter Druck. Das war ganz schön ein Fail, wie ich gerade merke. Jetzt kann man zumindest nicht mehr... Sprengfall. Ich könnte lass die Hunde rausspielen. Also, das wäre schon sehr offensichtlich, wenn ich das jetzt machen würde, oder? Du musst den Diener mit Spott angreifen. Du musst den Diener mit Spott angreifen. Ich mach's einfach mal. Jetzt wird er garantiert einen davon heilen. Ich kenn ihn doch. Ich kenn ihn doch. Wetten? Wetten? Nee, macht er nicht. Ich kann ihn doch gar nicht. Ich will nicht. Ich kann das Mana schmecken. Zieht das als sauber? Jetzt zieht es nicht. Aber das ist auch erstmal egal, weil ich jetzt... Scheiße, das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht. Der macht 5, der macht auch 5 Damage. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Der kommt auf 6. Ich müsste jetzt auf jeden Fall in der nächsten Runde... Ach, wieder so knapp. Ist jemand verletzt? Man muss doch wieder Karten ziehen oder was? Sieht beinahe so aus. Jetzt wird es langsam richtig mies. Ich hoffe, dass ich mit dem Mehrfachschuss zumindest die beiden abräume. Der hat gesessen. Hoffenmal... Nein! Die falschen abgeräumt. Den wollte ich gar nicht. Den wollte ich gar nicht. So, der muss ja eh erstmal an dem vorbei. Hau ich ihn weg, ist die Frage. Ich hatte jetzt 5. Mit ihm wird er es nicht schaffen. Was mache ich denn da jetzt? Ich müsste ihn ja schon fast... Aber es bringt ja auch nichts. Weil wegklingen würde ich ihn ja nicht, dass er nicht aufs Face... Nächste Runde muss ich auf jeden Fall den Hundemeister in Kombination... Ach, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Ja, jetzt bin ich tot. Fuck you! Hab ich gar nicht dran gedacht gerade. Ja, tschüss. Ja, das war's mit Level 19. Jetzt geht's wieder die 20 rein. Oh mein Gott, wie bitter. Gleich nochmal eine Partie mit dem Jäger. Aber ich glaube, ich mache hier meinen Cut. Und dann sehen wir uns zu Folge 14 wieder. Also, bis dahin. Ciao!